so damit hallo und herzlich willkommen zurück nicht gut nicht gut aber bereit zu schießen so haltet euch fest bereit machen für aufschlag nicht gut schneller macht sie mir da los die türme anbieter bereit zum feiern kapten sind bereits ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich versuche alles schon ich weiß noch ein zeichen das ja das was haben wir? schneller echt das schon wieder? wo ist sie denn? ich sehe sie gar nicht wo ist sie? Feuer! Feuer! Na ja! Ok Feuer! Feuer! Feuer 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 und wo kommt der riesenbrecher von da er muss ja schon echt aufpassen so ein turm noch schon wieder schnell hier weg diese riesenwelle die enthalten auch nicht ab das ist sowas von gar nicht gut gerade so es war echt knapp da haben wir echt schweig gehabt das müssen wir gucken weil hier vorne sind natürlich jetzt die ganzen gegnerischen schiffe das will ich natürlich nicht den möchte ich nicht zum opfer fallen aber wir werden jetzt nicht unmittelbar da hingehen sondern wir werden erstmal hier gehen und gucken wie viel wir haben ach so fast die taste entschuldigung so wir haben aktuell 8650 dann gucken wir mal was wir jetzt bekommen wenn wir unsere ganze mission dann zurück ergattern ja unsere flotte war ja immerhin fleißig von daher so ja stadtfreigeschaltet kämeck ok aha wie viele städte wir freigeschaltet haben ne wahnsinn casa blanca ok ist ja cool ja wir sehen hier ist jetzt ein bisschen mehr zu tun so mich interessiert erstmal das wo wir noch was freischalten müssen oder können ok da nicht auch nicht nein auch nicht ok die haben wir noch nicht die beiden sind also noch nicht ok ich habe jetzt nämlich eben eigentlich darauf geachtet auf die mit dem Ausruferzeichen muss ich nochmal machen ok also hier ist auf jeden Fall eine nee äh hier genau also Morgendämmerung ja würde gehen die allerdings nicht das machen wir jetzt aber ganz einfach indem wir dann wieder auf die Seeschlacht gehen so natürlich alles reparieren ja einfach immer reparieren wir haben jetzt zum Glück zwei von den großen ne das hat echt so einen riesen Vorteil also diese Dinger äh die erstmal Platz zu machen ja gut wir haben jetzt keine Fässer mehr von daher können wir es nicht beschleunigen leider und die feuern natürlich zuerst ist ja klar aber wenn wir ah wobei hier die machen haben doch ganz schön Schaden ja schön ist schon weg sehr gut ist nur noch die Brücke die darf nochmal feuern ne also man merkt ohne die Fässer ist es ganz schön heftig also da können wir einem doch noch einiges an Schaden antun aber wir haben gesehen wir haben jetzt genügend um auch diese Mission zu machen ja so so ich wollte gerade sagen das können eigentlich nur die beiden großen alle anderen sind dazu nicht in der Lage ja und dann die hier und weiter wenn wir dann nur 40 haben dann können wir auch die nehmen klar sehr schön so was haben wir denn hier ist auch gut Erfolgsaussichten 1% auch nicht viel besser ja also ich glaube ohne Fässer brauchen wir das nicht versuchen achso jetzt haben wir Erfolgsaussichten 100% okay versuchen wir es mal versuchen wir es mal was soll passieren wenn es schief gehen kann es nicht pfuh böse ich muss hier die Fregatte versenken achso jeder schießt noch 1% das ist ja kacke warum schießt ihr nicht alle auf das Reiche nicht gut gar nicht gut okay die sind auf jeden Fall vor denen dran das heißt wenn ich Glück habe oh nein ich werde auf jeden Fall mein großes verlieren ja ich werde das große verlieren das ist natürlich dann so da haben wir jetzt wirklich mehr Glück als Verstand muss man eindeutig sagen da steht's ja das war wirklich knapp das war so richtig richtig knapp kacke man ey heftig kann ich kann ich nicht hier irgendwie sagen alle reparieren ja gut dann muss ich das hier machen naja was mit die kleinen reparieren es sind schon mittlerweile etliche geworden ne die hat ja natürlich richtig Schaden die große werden wahrscheinlich gar nicht reparieren können ja ich wollte grad sagen ne das geht erstmal nicht so dann gehen wir erstmal hier hin gucken wo gibt's hier ne hier müsste es schon ein bisschen mehr geben hier müsste es schon ein bisschen mehr geben genau weil ich muss ja irgendwas finden wo auch die kleinen halt entsprechend eingesetzt werden können so genau weil Hauptsache die können eingesetzt werden das ist eigentlich das wichtigste und jedes davon bringt ja ordentlich Geld wieder mit so was haben wir hier noch irgendwie eine ja guck mal die geht toll geht aber nicht weil ja weil ist halt so das würde gehen ja aber auch nur für das das funktioniert nicht also werde ich dann das auf jeden Fall warte mal hier ist ne Mission gibt's hier nicht irgendwas ja es verbraucht nur eine Ressource dann soll da jetzt jemand hingehen das Schiff lassen wir dann erstmal liegen ja dann passt sich das ja 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 ich will hier raus ich will jetzt auch sehen wie viel ich habe naja fast 10.000 dazu bekommen ne wir hatten 8.000 paar zerquetschte also man kann sagen 9.000 mehr oder weniger haben wir jetzt bekommen durch die Mission coole Sache das nur gut ich verabschiede mich wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin euer Mr. Zogger